Bevor wir mit dem Video starten, möchte ich noch auf einen Kommentar eingehen, nämlich auf den von Selbrien, der geschrieben hat, war schon ein krasser Edit. Ja, wenn ihr meine Pro Edits, also wenn ihr davon mehr sehen wollt, dann klickt auf den ersten Link in der Beschreibung. Da ist mein Edit-Kanal verlinkt, ich werde da in den nächsten Wochen regelmäßig ein paar Edits hochladen. Ich habe den Kanal voll verpennt, ich habe noch ein paar Sachen übrig und damit werde ich euch zubaldern. Tschüss! Kannst du dich bei mir entschuldigen? I know, I don't got reason to lie Hallo! Steck ne Banane in dein Ohr Was ist das für ein Bananenkorb? Du wirst niemals glücklich so, probier's mal mit Humor Heute spielen wir Phantom Forces. Ja, es ist vielleicht ein Roblox Spiel. Grafik ist nicht die allerbeste. Aber das Spiel ist inhaltlich gar nicht so Bullshit. Wir haben hier an die, keine Ahnung, 50, 60, 70 Waffen. Ich habe bei einem englischsprachigen YouTuber gesehen, dass er auf einer Gun ein richtig scheiss Layout gemacht hat. Was heisst Layout, ich meine Attachments draufgeklatscht hat. Nämlich bei diesem Spiel kann man jede Waffe vom Skin her, das ist nicht so wichtig, und vor allem die Attachments bei jeder Waffe individuell verändern. Hier kann man zum Beispiel ein Snipergewehr auf eine Pistole, was er auch im Video gemacht hat, können wir gleich auch machen. Aber zuerst verunstalten wir eine gute Waffe. Auf jeden Fall, das Snipergewehr, es ist kein Gewehr, es ist kein Gewehr. Das Sniperoptik! Let's try this shit. Hier unten rechts seht ihr den Modus, also Auto ist bei solchen Waffen normal eingestellt, dass dann zack. Oh, oh! Ah, auf V. Es gibt Auto, Semi und Burst. Wenn ihr eigentlich ein bisschen Englisch könnt, dann erklärt sich das von selbst. Ja! LOL! Alter, die Gegner haben alle Punkte und wir verlieren gleich. Geil! Oh shit! Ah! Oh mein Gott, Alter, ich mache Kills damit. LOL, wir haben alle Punkte. Wieso? Alter! Ja, und ich dann mit dem besten Setup scheiss richtig rein, Alter. Wieso? Wie? How? How? Alter, ich habe eine 13er Streak. Wieso kriegen die immer meine Mates down und mich nicht? Ja, endlich, Alter, ich hatte eine 15er Streak! Aha, aha, aha. So, Leute, wir haben einen Starter Case Key. Wir könnten, also hier sind die verschiedenen Cases zum Aufmachen. Die Keys sind immer doppelt so teuer. Und ich denke, wir investieren jetzt mal in eine Starter Box. Okay. Okay. Epic Pack Opening in 3, 2, 1. Oh mein Gott, oh mein Gott, ich habe da so viel Geld in den Tisch. Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Hm, aha, aha, aha. So, under a map, under a city. Ah, hier. Wir haben die Chris Vector, mit der spiele ich liebend gerne. Ja, es gibt Sliver Optik auf dem. Was ist das? Das ist neu, das ist ein neues Item. Alter, wenn das funktioniert. Genius. Die Gun ist immer noch gut. Das ist wie, wenn ihr in einen Computer ein Pentium tut und dann eine GTX 1080 Ti zweimal. Es funktioniert, es funktioniert. Ich glaube, ich bin es mir mit der Gun einfach gewohnt, in die richtige Richtung zu schiessen. Dass ich gar keine Optik mehr brauche, bräuchte. Schau dich diese Missgestalt an. Jo. Aha, aha, aha. Okay, okay, jetzt wird, jetzt wird gesnipet. Komm, geh nach oben! Ja! Okay, dann verunstalten wir die. Die ist zwar auch gut, aber die können wir auch verunstalten. Vergag scope. Vertical grip. Führlich eine. Delta oder Iron? Ja, Delta. Dann können wir wechseln zwischen Snipen. Snipen und Normal hier. Zack, zsack. Ah! Ah! Aha, aha, aha. Es könnte sogar funktionieren. Nee, wir nehmen einen anderen. Okay, und jetzt für 436 Credits ein Sniper. Ein Sniper-Optik auf eine Handpistole. Ui. Aha, aha, aha. Hallo, Jungs. Und dann könnt ihr noch so schiessen. Was, was ne Scheisse, Alter. Nein. Alter, ich will damit mindestens 5 Kills, oder? Komm schon. Nein! Oh, ne, ja. Alter, Junge. Wie viel Schaden macht die Gnade? Ich wette, das sind so Heilungspatronen, die noch plus 30 Health geben, Alter. Das ist so. Nooo. Nein, 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 nein. Ja, ja! Mit der Gn, mit der Gn habe ich ihn getötet. Aha, aha, aha. Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. Aha, aha, aha. Okay, jetzt bin ich... Okay, ich bin tot. Ah, aha, aha. Ah, Scheisse. Ah! Mein Schuss. Mein... Nein! Oh! Alter, was ging mit der Kamera ab? Aha, aha, aha. So, Leute, ich denke, zum Abschluss machen wir noch ein Tech Opening. Ein Starter Case. Ja, schon. Aha, aha, aha. Oder doch noch eine Runde. Ah, ich bin Spendabel. LOL, Headshot! Es ist so unfett, ich bin so schl- Ich geh shoppen in der CDF, falls du mich suchst. Financier die neuen Gucci-Schoes mit Fruity Loops. Hab zu viel Geld und den ganzen Sommer nichts zu tun. Lauf ich auf Paper Max oder ist das Chin-Do-Joon? Neue Mucke kam in real soon. D interpreten, das ist schon fundamental. Das Ganze ist so ein Typ. Nicht, wenn, wenn. Ich bin Spendabel. Ja, jemand... Das Ganze ist das Full